hallo und grüße wurde zu einer neuen folge von blasphemers hier auf my play tiff ja ich habe ein bisschen angst hier gerade weil wir sind hier speicherpunkt ist hier und wenn wir uns das mal hier so anschauen die speicherpunkte hier ist es noch okay das wird immer mehr hier den speicherpunkten hier unten ist wieder okay hier sind wir zweimal gestorben hätten wir was holen können wo sind wir denn hier gestorben ach das war die zisterne oh gott das war auch so ein graus haben wir auch nicht alles gesehen hier hier fehlt links und rechts was und ja hier ist auch noch mal was was uns fehlt im träumen des abarmens hier oben ist auch noch mal ödnis der begrabenen kirchen ok und hier unten auch die heilige linie und hier oben oder schaffte schon der sturm trauer wir kommen rechts nicht hoch also müssen wir müssen links lang gehen das heißt wir werden als aller erstes mal genau die gute dame erledigen so also hier ist wir haben jetzt wieder eine kette gelöst wir gehen nach oben ach die läuft auch noch schön dank hoch habt ihr das gesehen ha 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 smooth oh Oh, okay. Wir müssen jetzt den richtigen Zeitpunkt abwarten. Okay. Okay. Genau. Das Ding. Das Ding. Jetzt. Nee. 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 Okay. Schaffe ich das nicht in den richtigen Zeitpunkt? Nee. Also wie rum jetzt? Wie rum mache ich das jetzt? Wie ich das jetzt so hier mache? Schauen mal. Nee, will nicht. Das ist ja ein Ding. Wie hoch springe ich denn? Das Ding müsste ein bisschen höher sein. Wie hoch springe ich denn? Ah, verdammt. Äh. Sehr schön. Was lange wird, wird endlich gut. Hoffentlich hat es gelohnt. Erlang Knoten aus Rosenkranz-Schnur. Okay. Knoten aus dem Garn der Habit von Menschen, die vor langer Zeit verstorben. Ich dachte irgendwas, um hier uns einzukleinen. Nein, nicht einzukleinen, aber auszurüsten. Das wäre doch schön. Warum nicht? Okay. Wo sind wir denn in Ziel gelandet? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Mistfiecher. Eieieiei. Eieieiei. Na. Kommen wir jetzt hoch? Gar nicht. Mhh. Das Okay. Jetzt sind wir wieder hier und da wäre ein Speicherpunkt. Ich würde gerne speichern. Um Gottes Willen. Ja, genau. Ah ja. Jetzt geht das wieder los. Meine Güte. So. 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 lang die leere Skaligefäße. Ah, das könnte ich wieder auffüllen. Dafür müsste ich aber hier runter und... Geht es jetzt hier auch nochmal weiter? So, alter Mann. Ah, ein C aus Kalkstein. Sehr schön. Hätten wir das auch erledigt? So. Ach nee, Stopp. So, dann fahren wir mal. Aber wir haben noch diese beiden Ketten gelöst. Wo war denn das? Oh Gott. Okay. Jetzt sind wir wieder hier oben. Aber wo war denn das mit den beiden Ketten? Ja, wie komme ich jetzt an den da hoch? Hier geht es ja auch nochmal weiter. Wo war das mit den beiden Ketten? War das hier gewesen? Oder war das hier? Ne, hier war das nicht. Ich glaube, das war hier gewesen. Mhm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm. Wo bin ich das mit dem Fahrstück gehe jetzt ja auch gar nicht weiter? Ah, jetzt. Na, klasse. Da ist der Speicherpunkt. Ich habe keine Ahnung, was mich da oben erwartet. Oder da unten. Und ich suche. Genau. Jetzt habe ich gerade einen... Ja, okay. Extra weggelaufen. Ich war gerade mich am heilen. Blöde, zu schneller. Hier. Hier war das doch mit dem... Mit dem Gef... Ne, doch. Ne, hier war das nicht. Wo war denn das? Ach, das war hier unten. Gut. Ett... Okay. Na, komm Fahrstuhl. Da wüsste gewesen. Na ja. Und wie komme ich jetzt hier? Ja, der Mika ist mal wieder ein Trottel, der seinesgleichen sucht. Wie bin ich denn hier zu den Brunnen gekommen? Oh Gott, die auch schon wieder. Also die hasse ich mit am meisten hier. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Ja. Gut. Gut, gut, gut. 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 ich jetzt will ich hoch aha aha ok den nehmen wir mit sehr gut da war doch die folge sehr erfolgreich gewesen können hier noch mal speichern und wie es dann weitergeht erfahrung wieder in der nächsten folge ich habe die folge gefallen würde mich freuen wenn wir uns in der nächsten folge dann wiedersehen deshalb nichts anderes zu sagen also lasse ich es gut gehen macht das besser zu retzettet und wenn wir uns beim nächsten mal was gut ciao ciao